ARD Text im Auftrag von Funk Ist da jemand? Hey, ich tu dir nichts. Ich helf dir, okay? Was zur Hölle bist du? Wow. Wir präsentieren AXR, die neueste militärische Entwicklung. Mit Gesichtserkennung, tragbaren Waffensystemen und der Möglichkeit, den Nutzer biometrisch zu koppeln. Sie sind jetzt verbunden. Der Schlüssel gibt ihm die volle Kontrolle über die Einheit. Willst du spielen? Na gut, dann mal los. Ich will dir was zeigen. Er hört auf dich? Ja. Das hast du gut gemacht. Er hört auf alles, was ich sage. Gib sie mir! Oh! Oh! Und jemand hat ziemlich viel Geld investiert. Und ich schätze, dieser jemand sucht jetzt nach ihm. Ich finde nicht, dass sein Besitzer es verdient, ihn zurückzubekommen. Ich muss wissen, was da geschieht. Er entwickelt sich besser, als wir es erwartet haben. Das ist mein Hund. Und ich will ihn zurück. Schick die Drohnen los. Na komm schon, er braucht unsere Hilfe. Gib ihn schnellstens zurück. Nur weil du es findest, gehört es nicht dir. Du musst dich verstecken. Er ist ein Roboter. Ein intelligenter Roboter, Dad. Er hat Gefühle. Sende den neuen Standort. Bereit machen zur Rückführung. Wir stecken hier gemeinsam drin. Die Züge und Fabri. Den Stickernhof des Länders. Wir gucken uns mal. Wir gucken uns mal, wo wir drin. Wir gucken uns mal.